So, hallo Leute und willkommen zurück zu Splatoon. Nach der 22-6-Runde geht es dann auch direkt weiter für mich. Die mich immer noch so leicht aufregt, muss ich zugeben. Ich meine, spielt ihr mal 22-6 und verliert deshalb dann auch noch. Also nicht, weil ihr 22-6 gespielt habt, sondern weil Thiel irgendwie nichts eingenommen hat in der Zeit. Geil. Was macht mein Teamkamerad da? Steht Demon und Hüpfer verblüht auf einer Stelle, oder wie? Premium-Teams, Team-Mails habe ich, ey. Leute, Leute! Der Dummheit wehtun würde, die Leute hier würden den ganzen Tag über nur vor Schmerzen schreien, ey. Der war ein Oktopus, oder was jetzt? Ist das so... Wie die meisten Leute von den Feinden einfach nur gerettet werden, weil sie im letzten Moment nochmal diese scheiß Oktopus-Tittenfisch-Kack da kriegen, ey. Achso, die, ja, gut, 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 ne. Wäre auch schön gewesen, dass wir ein Team... Dass ich da irgendwo mal ein Teammember gehabt hätte, der den mal erledigt. ... ... Das war's für heute. Wow, wo auch immer der da gerade hin will. Ich war zu sehr auf den da oben gerade konzentriert. Ich wollte den Sniper da wegholen. Und damit ist die Fläche wieder neutral. Ziele angehalten. Ach nee, nicht mehr angehalten. Wir haben sogar gleich eingenommen. Das kann doch nicht sein, Leute. Wenn man nach vorne schießt, macht nicht mal so viel Sinn. Vor allem die Schrecke, die du dich da geschossen hast, sowieso nicht. Das wäre mehr risikoreich als sinnvoll fürs Team. Da oben mit gerade drauf geschossen. Lass uns doch mal alle drauf springen. Das war schon febisch. Super. Nein, nein, nein. Da oben kommt doch gleich einer. Ich hasse diese Fähigkeit. Ich verachte sie mittlerweile richtig. Halten, Leute. Halten, bitte. Nein. Ich dachte wieder, da steht einer in der Ecke. Weil da steht ja öfter mal einer in der Ecke von denen. Ich habe den Timer nicht besettet. Fällt mir gerade auf. Also mein Timer, um zu gucken, wie lange ich den aufnehme. Geil. Leute, einnehmen. Ich sehe wieder keinen meiner Teammates. Zwei tot. Drei tot. Okay, verloren. Ach, fließ hochlegen. Das kommt davon, wenn man Teammates hat, die es nicht schaffen, mal kurz diese Fläche wenigstens neutral zu ballern. Und sich einfach abfarmen lassen. Macht viel mehr Spaß. Das macht viel mehr Spaß zu sterben und zu verlieren. Zu gewinnen ist viel zu einfach in diesem Spiel. Ja, mach doch weiter, verdammte Scheiße. Meine Güte. Ich würde echt gerne mal eine Statistik sehen. Eine richtige Statistik. Nur von den Wendip Games. Wie oft ich den ersten Platz belegt habe. Und wie oft ich den letzten Platz. Also wie oft ich den ersten Platz belegt habe. Und wie oft ich nicht den ersten Platz belegt habe. Weil ich glaube, ich habe öfter den ersten Platz belegt als irgendeinen anderen Platz. Das ist zusammengerechnet sogar. Also ich war öfter Erster als Zweiter, Dritter oder Vierter zusammen bei mir im Team. Nicht insgesamt, sondern bei mir im Team. Oder jetzt kommt nicht mal mehr jemand, oder wie? Das Schöne ist... Ah doch, jetzt kommen sie. Oh. Ich meine, man kann allein auch schon relativ viel reißen oder so. Man kann allein wirklich so zwei, drei Leute töten. Wenn die gerade nicht sonderlich gut zusammenspielen, sage ich mal. Aber allein das Spiel gewinnt, ist nicht möglich. Das ist wirklich nicht möglich. Da braucht man ein Team für. Das Ding habe ich schön gegen den... Wow. Okay, ich setze mich jetzt dann doch nochmal richtig hin. Weil ich muss anscheinend auf den Klecksroller aufpassen. Die weiß anscheinend, wie man spielt. Das ist nämlich nicht so gut. Klecksroller, die wissen, wie man spielt, sind echt mies. Ja, und das ist auch mies. Moment eben, ich bin kurz verultigt. Nein! Ah, ich wollte gerade weg, als Tittenfisch weg. Ich mag diese Fähigkeit nicht. Also ich finde es mies, dass die dann unverwundbar werden dadurch. Warum kriegen die die... Oder sind die da drin... Ich würde sagen, sind die da drin unverwundbar. Denn ich hätte jetzt gesagt oder so, man könnte sie ja auch so machen. Weil es gibt ja da diese großen Gegner, sage ich mal. Dass man einfach sagt, okay. Die haben dann einfach... Ja, B! Kommt! Zwei Stück voll auf mich gefokust. Team, wo bist du wieder? Komm, jetzt mit einem Kugelschild. Kugelschild teilen und voll durch. Das kann nicht sein, Alter, ey. Fuck. Ich wollte schnell wieder so den Snipern. Weil die haben da ein, zwei Sniper hinten, die relativ gut schießen. Und dann halt vorne diesen Kleckser, der auch sehr gute Arbeit macht. Während ich mein Team ehrlich gesagt so gut wie nie da vorne sehe. Irgendwie groß was machen. Wie gesagt, drei Leute um mich rum. Mein Team sehe ich allerdings nicht. Also die Feinde alle gebündelt da in der Mitte. Mein Team, ich weiß jetzt nicht, wo es ist. Also jetzt sehe ich da vorne irgendwie einen. Irgendwo da ganz rechts sehe ich einen. Fragt mich nicht, was er da macht. Er denkt wahrscheinlich immer noch, dass er ein Revierkampf ist oder so. Ich weiß es nicht. Er hat nämlich jetzt die Ulti geholt und die einfach so random mal gezündet anscheinend. Ich komme einfach nicht weg. Mein Team schafft auch nichts, ey. Man nimmt doch bitte ein. Einfach nur die Fläche neutralisieren erst mal. Und vielleicht die Gegner ein bisschen töten. Ich meine, es ist momentan sehr schwer dran zu kommen, weil die hier alles grün gefärbt haben. Wieso kommst du von hinten? Ist mein Team überhaupt sowas nutze? Okay. Das ist meiner. Ich weiß nicht, warum der dann da die ganze Zeit auf so einer normalen Fläche rumspitzt wie so ein Blitz senkt da. Oh Gott. Ja, wir müssen die Fläche jetzt die ganze Zeit halten, das schaffen wir nicht mehr. Wir dürfen sie nicht nur mal verlieren. Ja, ab jetzt dürfen wir sie nicht mehr verlieren. Okay, verloren. Sie haben es geschafft, die Fläche mal ganz kurz noch zu erobern. Dadurch haben sie den Timer jetzt nochmal verlängert. Wow, da kippt eine Granate an der Wand. Also selbst mit Overtime nicht mehr möglich, diese Runde zu verlängern. Äh, zu gewinnen. Ich meine, es ist jetzt in der Verlängerung, aber... Nur so lange, bis die Fläche, glaube ich, wieder einmal neutral ist. Dein Team führt. Wow, wir haben echt noch gewonnen. Weil sie es nicht geschafft haben, die Fläche auf einmal wieder neutral zu machen. Also gegen Ende nochmal gut Druck gemacht von meinem Team. Gut. Gegen Ende wenigstens haben sie sich da etwas angestrengt, ey. Wow, und ich bin sogar nur Zweiter. Wow, ich bin nur Zweiter. Wenigstens gegen Ende nochmal reingeklotzst. Muss man sagen, ey. An meinem Team. Puh. Das sind immer so Sachen, da explodiert dann so teilweise der Hals. Weil das Team die ganze Zeit nichts macht, ne. Und dann ist man so vom Weg... Oh Gott, wenigstens im letzten Moment noch... Gewonnen. Weil da fällt dann einfach so ein Stein im Herzen. Vor dem Weg, boah. Am Ende... Auch wenn das Team scheiße war, am Ende hat es... Es wenigstens so etwas gerissen. Also irgendwie schafft es dieses Spiel nicht wirklich mal bei der Map... So, keine Abwicklung zu bringen. Man muss mindestens immer dreimal eine Map spielen, bevor die andere kommt, anscheinend. Finde ich ein bisschen komisch aufs System, aber hey. Okay. 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 Ja, das Team hat wenigstens mal was gerissen, muss ich zugeben. Ich habe es komplett ohne mich eingenommen. Wow, aber ich habe seine Ulti wenigstens neutralisiert. Das hat mich jetzt gewundert, dass er so schnell gemerkt hat, dass ich von da komme. Scheint hat er mich gerade noch so im Bildschirmwinkel wahrscheinlich gesehen. Ah Gott, ich passe die hier. Scheiße, ey, wenn sowas passiert. Jetzt haben wir einen Timer und wir können ja nicht mal groß was dafür, wir hätten es ja nicht großartig verhindern können. Ich kann mich halt in der Falle keinen Schritt voran bewegen, ey. Oh, die Koi. Nicht gut. Wow. Wie er voll auf mich rattert, der Typ. Okay, nee, schlechte Runde für mich auf jeden Fall. Vor allem, weil ich am Anfang rumgetrohlt habe und die ganze Zeit nur Schiffe reingerorfen habe. Keine Tinte. Alter. Komm. Hättest du auch ruhig ein bisschen eher sterben dürfen. Hätt ich voll nichts dagegen gehabt. Muss ich da ehrlich gesagt mal zugeben. Also dieses Schießen finde ich immer sehr unsicher. Warum muss ich denn die ganze Zeit traden, Menno? Ich will nicht traden. Ja, Tim, du dürtest doch gern jetzt mal wieder die Fläche einnehmen. Versuch mal aktiv zu helfen. So, jetzt haben die nämlich einen guten Strafttimer. Wow. Der was... Das war gut gezielt von der. Muss ich zugeben. Ich meine, ich habe keine Verteidigung. Diesbezüglich kriege ich sehr viel Schaden. Auch durch den Zepper allein, der ja eigentlich eher durch Geschwindigkeit bekannt ist. Oder für seine Geschwindigkeit. Komm. Lass mich doch einmal meine Ultis zünden, ey. Ich glaube, ich habe sie demnächst sogar schon einmal gezündet. Wir können immer noch verlieren, Leute. Wir sind zwar im einen Punkt im Vorsprung. Aber das heißt nichts. Moment. alle flächen wegballern einfach den kopf wegballern einfach den typen wegballern ich muss gerade sagen dass ich gerade irgendjemand hin verpüße ich habe ja auch schon in die Richtung geschossen extra sogar ein Stück höher aber ich habe ihn anscheinend nicht getroffen warum auch immer ich den hinteren getötet habe fragt mich nicht nein ich wollte den kill okay ich werde aber noch mal zum kipp auf gott verlängerung das heißt wir müssen jetzt einmal zurückerobern um zu gewinnen so wie ich das verstanden habe mit der verlängerung es ist noch einmal erobern haben wir glaube ich gewonnen ja oder neutral mussten wir sogar einfach nur machen wir mussten es oder ist es erobert oder neutral ich würde sagen es ist neutral weil da noch eine ecke fehlt wenn wir es erobert hätten wäre es ja komplett in unserer farbe außer sie haben es da jetzt natürlich direkt umgespielt kann ich natürlich nicht besser 11 9 21 6 also wow gut ab max also 21 6 kann sich sehen lassen wie gesagt das team war jetzt auch wirklich gut weil ich habe am anfang nur rum getrollt oder haben die ja schon wirklich sehr viel eingenommen und sehr viel da erledigt um es mal so zu sagen also hut ab max gut ab ein win fehlt uns um aufzusteigen problem ist wenn wir verlieren müssen wir mindestens wieder zwei wins machen um aufzusteigen also jetzt entscheidet sich ob wir in b kommen oder nicht oder erst im nächsten part maximal sind wir des beeres des bs würdig wir sehen es jetzt ach komm ich habe mich auch schon zwei ein oder zwei mal getroffen vorher aber anscheinend bin ich es nicht würdig das sieht sehr schlecht aus scheiß hier vorne auf die fläche junge das ist natürlich sehr schlecht hier fuck sie haben gesehen dass ich es werde ich habe und wollte mich wahrscheinlich schnell töten ne das wird mit dem bnix anscheinend das wird ein kompletter k.o.sieg oh ist hier lange gehalten alter ich wollte da gerade durch jungs mein gott lasst mich doch mal fünf sekunden fläche einfärmen damit ich meinen ulti habe ich mache gerade nur scheiße ich mache gerade nur scheiße ey ich mache gerade nur scheiße ey ich mache gerade nur scheiße ey oh scheiße im boot einer von hinten wieder okay meine ulti reicht okay verloren da brauche ich nicht mehr loszugehen das ist verloren okay jetzt brauchen wir mindestens wieder zwei wins um wieder auf dieses niveau zu kommen wahrscheinlich verliere ich jetzt minus 20 punkte damit das spiel mich mal so richtig ficken kann und wie ist es wie viele punkte verliere ich das war ja aber ja das war auch Bullshit von mir gespielt gerade wir sind alle Bullshit gewesen 2 3 2 4 1 3 ich sollte Punkte verlieren natürlich ey richtig Bullshit die Runde richtig Bullshit Schufe 13 Rang 10 haben wir in dem Part überhaupt schon die andere Map gesehen immer so als ganz spontane Frage wow ich werde mich nicht mehr auf ich werde mich nicht mehr auf Das war's nicht erwischt. Schade, das ist vernervig, aber ich kann da nicht sonderlich viel gegen machen. Fuck. Aber ich konnte zwei erledigen. Den einen da hinten in der Ecke und den jetzt hier vorne. Der ist sowieso auf mich konzentriert. Naja. Ja, dachte mir gerade auch, lass das Ding mal einfärmen. Ende. Sieg für uns. Und die Sache ist, guck mal, wir haben jetzt viel schneller und viel dominanter gewonnen als zum Beispiel die Feinde im letzten Team, wie ich finde. Nichtsdestotrotz bekomme ich wahrscheinlich deutlich weniger Punkte. Ich habe nämlich gerade zwölf verloren und bekomme jetzt wahrscheinlich acht. Stimmt's oder habe ich recht? Sieben, eins, erster. Nee, zehn sogar. Wow. Okay, Leute. Dann entscheidet es sich im nächsten Part, beim nächsten Match, ob ich B-Rang werde oder nicht. Werde ich es beim nächsten Mal schaffen? Ja oder nein? Seht's im nächsten Part. Bis dahin, Leute. Ciao. 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 Vielen Dank.